So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Kickstarter-Sendung im November und wir fangen einfach direkt mal an und ich gucke mal gemeinsam mit euch die ganzen Kampagnen durch, die ich mir jetzt rausgesucht habe und fangen wir an von den Machern von, ihr seht das am Artwork, Exploding Kittens kommt jetzt, Bears vs. Babies, a Card Game, hat noch 16 Tage, schon bei 2 Millionen, wird wahrscheinlich wieder am Ende das 2, 3, 3, 4. erfolgreichste Spiel bei Kickstarter, Exploding Kittens war ja das erfolgreichste Spiel, das jemals auf Kickstarter gebackt wurde und ja, wie immer ist das alles sehr gut erklärt, wir haben hier Bears vs. Babies in the nutshell, man baut Monster, eben in Form von Bären oder Stinktieren oder V-Tieren oder was auch immer und muss eine Armee von schrecklichen Babies bekämpfen, wie das Ganze jetzt funktioniert, erklärt uns das Ganze auch, wir sitzen halt am Tisch und ziehen Karten, es gibt entweder Bären oder andere Kreaturen, die wir ziehen können oder Babies, Bären werden gebaut, aus irgendwelchen Einzelteilen, da hat man dann so ein Monster da und baut die auf den Tisch und Babies kommen halt und werden dann gespielt und müssen irgendwie gestoppt werden und ja, man geht dann eben, zieht in den Krieg und will irgendwie die Babies auch provozieren und ja, man muss halt irgendwie stärkere Kreaturen haben, als die Babies da ausliegen und scheinbar ist überraschenderweise, wie bei diesen Exploding-Kittenspielen auch, nicht kooperativ, sondern gegeneinander, man versucht irgendwie mit irgendwelchen Werkzeugen die Babies irgendwie zu seinen Mitspielern scheinbar zu schicken, damit die dann irgendwie Schaden bekommen und keine Punkte bekommen und man selbst eben derjenige sein, der die meisten Babies frisst und es gibt eben halt das Core Deck, das kinderfreundlich ist, das ist ab sieben Jahren freigegeben, ist für zwei bis vier Spieler oder man kann eben das Not-Safe-For-Work-Deck nehmen, wo man dann eben Karten dabei hat, die nicht so wirklich, ja, jugend- oder kinderfreundlich sind, Familien geeignet, hier sieht man dann auch so ein bisschen was über den Hintergrund des Spiels, wie das entstanden ist, was sie so für Dinge in Kartenspielen haben wollten, die Creators, also, ne, you get to build things, you get to use those things, you build to ruin other people things und you get to eat babies, also da ist wieder dieser abstruse Humor drin, das sind so die ersten Prototypen und, ja, also da könnten, ne, Stretch Goods gibt es auch wieder jede Menge, da wollen sie halt, dass die Leute irgendwie Fotos machen, wo sie denn irgendwie als Bären oder Babies verkleidet sind oder irgendwie Fotos hier mit Babies, die irgendwie Bärte tragen oder haben und, ne, sobald das alles erfüllt ist, ist quasi Level 1 freigeschaltet, dann gibt es neue Stretch Goods, muss auch immer auf das Foto irgendwie klar sichtbar schreiben, Hashtag Earth vs. Babies, dann weiß, das gehört irgendwie dazu, zwölf von diesen 15 Stretch Goods wurden schon erreicht, das heißt, das Spiel wurde jetzt auf 112 Karten geupgradet und, ja, je nachdem, welche Runde man dann erreicht, gibt es eben noch weitere Upgrades, sobald Runde 3 wahrscheinlich nicht erreicht werden wird, denke ich mal, so wie das jetzt in Gang kommt, aber gucken wir mal und das sind hier schon die Risiken und Herausforderungen, wenn wir mal nach oben gucken, wie ihr seht, ich habe es schon gebackt mit im Prinzip dem kleinsten Beitrag, also ich habe nicht nur das Core Deck genommen, ich habe auch gleich wieder das Core Deck mit dem Not Safe for Work Booster Pack genommen und da kommt eben nochmal 10 Euro Versand dazu, soll im Juni 2017 da sein, also dauert fast noch ein Jahr, ein Dreivierteljahr bis das da ist, das wird wahrscheinlich dann Ende Juni da sein, das hat im letzten Mal auch ganz gut geklappt und es gibt eben nur die Varianten im Prinzip, ne, man kann einfach das Core Deck nur bestellen oder eben das mit dem Not Safe for Work Booster Pack, nochmal ein Tipp bei Kickstarter, wenn ihr einfach irgendwas verfolgen wollt, die Updates bekommen wollt und am Ende noch die Möglichkeit haben wollt, auch wenn ihr es verpasst habt, da einzusteigen, dann gebt hier oben einfach einen Dollar ein, also ich kann das jetzt nicht mehr machen, weil ich schon was eingeloggt habe, aber dann spendet ihr halt einen Dollar, der ist dann halt auch weg im Zweifelsfall, aber dafür bekommt ihr die Updates, könnt auch in den Pledge Manager rein und, 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 also das ist, ja, also ich bin mal gespannt, wie das Spiel dann wirklich wird, wie ihr seht, ich bin ein großer Exploding Kittens Fan, leider ist meins weg, das heißt, irgendwie brauche ich ein neues und ich werde mir auch wahrscheinlich gleich dann die Erweiterung dazu holen, aber ja, das ist halt auf jeden Fall Burst vs. Baby. So, dann das nächste Spiel, Tiny Epic Quest von Gameland Games, Scott Ames, der hat ja schon Tiny Epic Kingdoms und Galaxy und so rausgebracht und hier jetzt Introducing Item Meeple, das ist wohl auch mit einer Gründe, warum dieses Spiel so abgeht und zwar sieht man das hier oben schon, das sind so ganz normale Meeple, wie man sie aus Carcassonne kennt, die man eben upgraden kann, sprich, man kann hier so Schwerter geben, Schilde, Flöte, also alle wirklichen Ausrüstungsgegenstände und die Idee an sich ist ganz cool, weil das sorgt eben dafür, dass man quasi eine Art von Miniatur haben kann, die aber nicht so super teuer ist und, ja, also ich glaube, das ist so ein Konzept. Das haben die versucht, sich patentieren zu lassen, aber es hat leider nicht geklappt, aber solange dieses Spiel jetzt in der Entwicklung ist, bis es ausgeliefert wird, dürfen nur die das machen, das sind irgendwie die Patentrechte in Amerika oder so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sowas noch häufiger sehen werden, die Idee ist absolut genial und wie gesagt, das ist deutlich kostengünstiger herzustellen als irgendwelche Miniaturen. Miniaturen in vielen Spielen sehen natürlich geil aus, aber manche Spiele, die brauchen halt mehr als Pappmarker, brauchen aber auch nicht zwingend Miniaturen und wenn man hier mal weiter durchguckt, dann sieht man natürlich schon mal, was da so an Stretchgoods dabei sein wird, wie das Spiel dann aufgebaut aussieht. Das soll so eine Art Sandbox-Spiel sein, also so ein Spiel mit so einer offenen Landschaft, wo man einfach rumlaufen kann und eben irgendwelche Aufgaben erfüllen kann. Da kommen wir gleich nochmal zu. Hier sieht man dann, was in der Box drin ist, ne, das hier sind die Meepils mit diesen Itemholds, wo man dann diese Items auch wirklich reinstecken kann. Wie man sieht, hier gibt es auch, ja, alle möglichen Varianten, da wird es sicher auch irgendwie in Zukunft noch mehr geben. Ähm, ja, hier ist so noch der andere Inhalt, ne, 17 Map-Mats, 5x3,5 Zoll. Und dann kommen wir, ne, hier sieht man noch mehr, Deluxe-Content, irgendwelche Golden Mushrooms und dann kommt es hier zum Game Objective, ne, Classic Story of a Fairy Tale, also eine klassisches Märchenwelt, die überrannt wird von Bösen und die halt irgendwelche Helden brauchen. Und das sind eben wir, die dann ins Spiel kommen mit unseren tollen Item-Meepils, das heißt, wir können unsere Helden auch wirklich ausrüsten, das ist natürlich auch ein Vorteil gegenüber von normalen Miniaturen, weil die haben halt irgendwie feste Gegenstände dran und die kann man nicht irgendwie upgraden und austauschen. Hier kann man das dann ganz einfach machen, wenn das funktioniert. Ne, das sind dann die Landschaftsteile, die es da drin gibt. So sieht dann eine Welt aus, also jetzt nicht zwingend so, also, ne, ist halt kein durchgehender Spielplan, dadurch aber ein bisschen variabel. Ne, man hat irgendwie ein Limited-Action-System, wo man fünf verschiedene Arten von Grid-Movement machen kann, scheinbar hier durch irgendwie, dass man sich irgendwie bewegen kann. Also, ja, das wird, denke ich, dahinter wird auf jeden Fall ein nettes, kleines Abenteuerspiel stehen, das durchaus Spaß machen könnte oder auch nicht, wird man sehen. Also, Tiny Epic Galaxies von ihm fand ich ja zum Beispiel gut, hat mir nur zu lange gedauert. Für so ein Tiny Epic Spiel, das dann zwei Stunden dauert, war mir ein bisschen zu viel. Tiny Epic Kingdoms habe ich ein paar Mal gespielt, fand ich nett, aber hat mich auch nicht so wirklich angemacht. Tiny Epic Western von ihm habe ich bisher noch nicht gespielt, das hat ein Kumpel, das will ich nochmal ausprobieren. Und, ja, also, wie gesagt, ich glaube, diese Spiele und diese Kampagne lebt in erster Linie von den Item-B-Bits, die natürlich super gut sind. Wie denn das Spiel dann ist, das wird man sehen, also, ne, das sind die ganzen Stretch-Shows, die es gibt, wenn das Spiel draußen ist, aber, wie gesagt, das sieht auf jeden Fall, hier gibt es auch schon so ein Full-Playthrough, also, wenn ihr euch interessiert, wie dieses Spiel wirklich das Spiel findet, ich habe mir das noch nicht angeguckt, dann könnt ihr euch hier eben zum Beispiel von John Get Games so ein Video angucken, oder das hier scheint Rado zu sein, da bekommt man eben immer, wenn man Englisch kannt, einen ganz guten Eindruck davon, ob dieses Spiel was taugt oder nicht, also, selbst wenn ihr jetzt nur durch die Item-Bits neugierig geworden seid, guckt euch das Video an, ne, wenn ihr Englisch einigermaßen könnt, oder auch, wenn ihr generell die Tiny Epic-Spiele gut findet, guckt euch das an. Für mich wirkt das bisher auf den ersten Blick so, als könnte das auf jeden Fall mit das Netteste sein, halt so ein Abenteuerspiel, ich sage mal, auf so Familienniveau wahrscheinlich, aber sieht auf jeden Fall nach einem netten Spiel aus. Ob nett jetzt reicht, dass man das Spiel zwingend braucht, weiß ich noch nicht, aber diese Item-Bits, die braucht man auf jeden Fall, und, ja, das ist Tiny Epic Quest. So, dann haben wir jetzt nächstes Deep Madness, ein Spiel, das gerade ziemlich abgeht, das wird auf jeden Fall wahrscheinlich noch die Million knacken, also läuft noch so knapp eine Woche, wird es auch auf Englisch geben, ein Miniaturenspiel, wie man sieht, mit 151 Miniaturen, hat 36 Stretchcodes, wie man hier sieht, das sind doch mal live geupdatet, ist ein kooperatives Spiel für ein bis sechs Spieler, ihr könnt übrigens immer hier rechts in der Leiste gucken, was das Spiel nachher so kosten wird, also für, ne, 100 Euro wird es ungefähr sein, und man sieht dann auch immer gleich, was es hier alles in der Box gibt, ne, der Retail Value soll 285 Dollar sein, die man dann für 100 bekommt, inwiefern diese Rechnung immer so aufgeht, weiß man nicht, ähm, das ist auch so ein Spiel, worüber, also, ne, Miniaturen sehen natürlich schon super cool aus, aber über das viel diskutiert wurde, das, ähm, wir gucken uns gleich einfach mal an, was die uns über das Spiel, ähm, selbst verraten, ne, hier Rulebook, das kann man sich dann auch schon, äh, drunterladen, hier gibt's, ich finde das immer lustig, dass bei solchen Kampagnen gar nicht gesagt wird, worum geht's in dem Spiel, was macht in dem Spiel, so erstmal der ganze Content und die ganzen Reviews, und dann irgendwann erfährt man mal, ah, hierum geht's überhaupt, ne, erstmal hier noch dann die ganzen Stretch-Codes, die noch so reinkommen, wir wissen überhaupt nicht, also ich hab zumindest noch nicht gesehen, worum es geht, außer ich hätte mir die Regel durchgelesen, und man sieht, ja, es gibt eine Menge Kram, viel Zeug dazu, wenn euch das interessiert, dann drückt einfach mal auf Pause zwischendurch, und wir gucken jetzt mal, wir haben noch mehr Stretch-Codes und Infos darüber, ja, gucken und gucken und gucken und scoren und so runter, ansonsten erzähl ich euch gleich einfach, was ich schon so über dieses Spiel gehört habe, ich habe noch nicht wirklich viel gelesen, wir haben ein paar Freunde davon erzählt, und, ja, also, na, hier sieht man einmal das Spiel aufgebaut, und es sieht schon halt aus wie so ein sehr klassisches, äh, Miniaturenspiel, hier ist dann auch so ein bisschen, ähm, angegeben, ähm, was man, äh, so macht, und, ähm, ja, wie gesagt, ich hab mir das hier jetzt nicht durchgelesen, und ich kann das ja nur mal so ganz grob zusammenfassen, es ist halt auch so ein Miniaturenspiel, wo wir halt in diesem Szenario sind, ich glaube, in einer Unterwasserwelt, und, ähm, so einer Forschungsstation oder sowas, und da gibt es halt irgendwelche, ähm, Viecher, gegen die wir kämpfen müssen, von denen wir uns retten müssen, und es gibt irgendwie so Mechaniken, glaube ich, dass man irgendwie so, ähm, tauchen muss, und da fehlt man Sauerstoff, und man muss ja auftauchen, damit man Sauerstoff wieder regenerieren kann, und, äh, wenn man da zu lange unten bleibt, dann kriegt man Schaden, und, ähm, das, ähm, klingt so ein bisschen, eine Beschreibung meinte eine Freundin, wie so ein Erich Horror-Light, ähm, viel, also ich glaube, das war das Spiel, bei dem auf Kickstarter auch viele gesagt haben, ja, es liest sich irgendwie wie so ein Zombieside, nur mit ein bisschen mehr Auswahl an Monstern, und ein bisschen taktischer, wir haben ja eben auch wieder Investigators, das heißt, das erinnert auf jeden Fall schon mal an, ähm, sowas wie Eldritch Horror, und, ähm, ja, also, es sieht gut aus, die, also, ich denke, es wird auch ein ganz solides Gameplay haben, ähm, wenn man jetzt schon ganz viele von diesen Spielen hat, dann wird es einem, denke ich, nicht viel Neues bieten, also, da ist jetzt keine grundlegend neue Mechanik drin, kein grundlegend neuer Ansatz, irgendwas, wo man sagen würde, wow, das ist einzigartig, ich hab schon sechs von diesen Spielen, meinetwegen, und ich brauch noch zwingend mehr, aber wenn ihr jetzt vielleicht noch gar nicht so viel habt, und euch macht dieses Unterwasser-Thema total, lest euch jetzt irgendwie das Regelheft durch, oder guckt euch, guckt ins Gameplay-Video, oder findet nur die Miniaturen super geil, ähm, dann, also, ja, ich finde, wie gesagt, über die, das finde ich immer ein bisschen schwierig, bei solchen Kampagnen, wenn da wenig über das Gameplay selbst verraten wird, aber, das war bei King of Death Monster selbst damals auch so, da standen in der Kampagne, glaube ich, fast nur die Miniaturen im Vordergrund, und, ähm, über das Spiel selbst wurde gar nicht viel verraten, und das ist, wie ihr wisst, meiner Meinung nach, das beste Spiel aller Zeiten, zumindest für mich und viele andere Leute, und das hat auf Bord irgendwie einfach die höchste Bewertung, und, ähm, deswegen muss das jetzt nicht zwingend was heißen, dass hier nicht so super viel über das Gameplay steht, wie gesagt, die Regeln kann man sich einfach angucken, und es gibt ja auch schon Videos dazu, aber wenn man, ne, was steht denn hier überhaupt, the game is based on a series of scenarios, also man spielt einige Szenarien am Stück durch, das hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Regeln, eigene Gewinn- und Verlierbedingungen, und sein eigenes Brett, das halt aus diesen Raumteilen aufgebaut wird, ähm, es gibt immer eine bestimmte Anzahl an Spielrunden, die man spielen kann, und wenn man das eben nicht schafft, ähm, zu erreichen, das Ziel, bevor das Spiel die Runde endet, dann, ne, ne, ist man consumed by Madness, also quasi von der Dunkelheit und Verrücktheit, ähm, aufgezehrt, äh, zehrt, und hier, wenn der Devore-Marker, ähm, also der Verschlingen-Marker quasi vorrückt, dann werden immer mehr und mehr von diesen Raumteilen auf ihre Madness-Seite, ähm, gedreht, also scheinbar so ein bisschen zu Tulu-Thema drin, und, äh, die Räume spawnen dann Monster, und dann gibt's irgendwelche, äh, äh, nasty Effects, die halt die Ermittler daran hindern, weiter voranzukommen, und, ne, es gibt halt immer zwei States von so einem Raum, also zwei Eigenschaften, entweder ist er halt, ähm, ne, ganz normal, oder mad, und, ähm, in welcher Reihenfolge die verschlungen werden, das ist halt, äh, zufällig, und wird durch so ein Flipping-Room-Deck, ähm, verursacht, und, ähm, ja, also dadurch hat das Spiel halt sehr viel Dynamik, weil man nie weiß, was passiert, wo man langgehen kann, das wird wahrscheinlich auch für einen relativ hohen Wiederspielwert der einzelnen Szenarien sorgen, wie man hier schon sieht, die Spieler schüpfen halt in die Rolle von Ermittlern, die halt so eine Deep-Sea-Mining-Site, ähm, 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 ja, da ermitteln und gucken, was da ist, weil irgendwie der, äh, Kontakt weg ist, und die kommen jetzt quasi in so ein, so ein Horror-Szenario, und müssen dann da eben rausfinden, was da los ist, also ich persönlich finde, das klingt auf jeden Fall ganz cool, wie gesagt, ich bin ja riesen, ähm, ähm, Aerotaurer-Fan, das ist natürlich die Frage, wenn man Aerotaurer schon hat, braucht man das noch, oder braucht man das nicht, ich würde fast sagen, ja, man kann das auf jeden Fall haben, wenn ihr nur nicht wirklich viele von diesen Spielen habt, und das cool findet, und ihr mit dem hohen Preis für ein Miniaturnspiel kein Problem habt, dann ist es was, was man sich angucken kann, ähm, es wird natürlich wieder viele Stretch-Goods geben, also ich hab einen Kumpel, der geht auch sehr extrem auf Kickstart-Up, und sagt, oh, da gibt's so viele Sachen, und man kann diese ganzen Stretch-Goods und Erweiterungspacks, die man hinterher nicht mehr kriegt und so, ja, prinzipiell stimmt das, aber ich bin bei sowas immer eher der Meinung, ähm, man sollte das auf jeden Fall abwarten, ähm, gucken, wie dann das Spiel ist, ob das Spiel gut ist oder nicht, es ist ja meistens so, das sieht man bei Zombicide, wenn man Zombicide gebackt hat, hat man richtig viel Kram für sein Geld bekommen, ähm, aber es war eben auch ein gutes Spiel, so dass es auf jeden Fall eine Fortsetzung davon gab, mehrere Teile, und dann, ähm, konnte man da halt die nächsten Kampagnen backen, und hat da auch wieder richtig viel krass Zeug bekommen, und man braucht im Prinzip auch wirklich eigentlich nur eins von den ganzen Spielen, man kann sich die alle holen, aber mit einem sind die meisten Spiele, denke ich, auch, ähm, ganz gut bedient, und deswegen würde ich bei solchen Spielen eigentlich immer, außer ich weiß, es macht mich total an, es ist genau 100% meins, dann vielleicht gleich alles holen, aber sonst einfach erst mal nur das Basisspiel, und, ähm, ja, dann kann man eben hinterher sich immer noch mehr holen oder nicht, aber bei so Spielen, wo man eben nicht wirklich weiß, hm, taugt das was oder nicht, wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, wobei, wie gesagt, wenn es da jetzt schon Gameplay-Videos und so zu gibt, dann kann man das, denke ich, ganz gut selbst einschätzen, ähm, von wem das hier ist, weiß ich gar nicht, das könnte, äh, weiß nicht, was von Rado ist, aber, ähm, wie gesagt, also da muss ich halt selbst wissen, ob und wie viel Geld da reinsteckt, aber ich finde, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, hat ein gutes Thema, wie ich finde, es wird, also es gibt ja schon so ein paar Spiele mit so einem Unterwasser-Horror-Thema, das könnte so aussehen, als wenn es dasjenige wäre, dass das am besten umsetzt, und, ja, das ist Deep Madness. So, dann Leaders of Euphoria, She's a Better Oppressor, das Spiel ist noch unter 100.000, und ich finde es trotzdem eines der interessanteren Spiele, es hat die Mechanik von Good Cop, Bad Cop, und setzt das hoffentlich in einem bisschen besseren Spiel, und bei Good Cop, Bad Cop war so okay, aber solide, ähm, gucken wir uns gleich mal genauer an, und, ne, hier steht es auch, äh, Build on Good Cops, Bad Cops, Proven Gameplay, mit ein bisschen, äh, Verbesserung, äh, in Zusammenarbeit mit Stonemaier Games, die sorgen ja immer dafür, dass man wirklich schöne, runde, gut designte Spiele bekommt, Awesome Components, das gucken wir uns gleich auch nochmal an, das sind nämlich hier, ähm, diese Strahlenwaffen, die eben richtig cool aussehen, hier sieht man dann auch wieder was drin ist, was man hier schon links, äh, rechts sieht, dass man halt die Standardedition schon für 20 Dollar bekommt, also das ist auf jeden Fall schon ganz nett, wird im Mai dann hoffentlich ausgeliefert, wenn das alles klappt, und, ja, es gibt 24 Rekruten, 24 Artefakte, Referent Cards, und dann halt, ähm, dieses Interrogator Token, und, ja, die Lux-Version gibt es für 29, wo man dann noch diese Oversized Rayguns bekommt, und die Player-Mats dabei, und die kann man dann eben hier reinstecken, damit auch irgendwie in Zielen, und wahrscheinlich dürfte es vom Grundsatz her auch wieder so aussehen, dass es zwei verschiedene Fraktionen gibt, und man muss halt, äh, ja, seine Fraktion quasi zum Sieg führen, und man hat immer, ähm, Karten vor sich ausliegen, und die anderen wissen gar nicht welche, und je nachdem, zu welcher Fraktion die Mehrheit an Karten gehört, die man vor sich liegen hat, ähm, zu der gehört man dann, sprich, hat man zwei gute und eine böse Karte vor sich ausliegen, ist man eben guter, hat man zwei böse Karten und eine gute Karte vor sich ausliegen, ist man böser, und die anderen Leute sehen die Karten nicht, das heißt, sind erstmal verdeckt, und so nach und nach, durch verschiedene Spieleffekte, werden einzelne Karten davon aufgedeckt, das heißt, man findet dann raus, zu wem irgendwer gehört, aber solange zum Beispiel nur zwei Karten aufgedeckt sind, weiß ich noch gar nicht, zu wem gehört der jetzt wirklich, das geht erst mit der dritten, sondern eben also nach und nach eben rausfinden, was, wo sind, wie sind die Räume verteilt, es gibt wahrscheinlich auch wieder einen Anführer von jeder Fraktion, den will man irgendwie auch finden, und rauskicken, und wie gesagt, hier ist im Prinzip das gleiche Gameplay, nur mit halt noch mehr Features, die ein bisschen mehr Tiefe und neue Strategien reinbringen, und das braucht das Spiel, ich habe das noch nicht rezensiert, aber ich habe das ein paar Mal gespielt, und es war immer so, dass die Leute gesagt haben, ja, es ist ganz nett, aber so wirklich 100% umgehauen, hat es eigentlich niemanden, das ist ein bisschen schade, weil ich eigentlich die Idee dahinter ganz gut finde, und wie man hier auch wieder sieht, so das Gameplay selbst ist eigentlich relativ wenig drin, also hier wird dann so ein bisschen eben erzählt, wie man das spielt, dass man halt eine Seite joint, dass man halt die anderen Spieler befragen kann, irgendwelche Aktionskarten nutzen kann, um eben an mehr Informationen zu kommen, dann kann man halt sich irgendwie eine Kanone nehmen und damit auch irgendwie zielen, man muss halt den Opposing Leader finden, aber darf nicht den Falschen abschießen, oder nicht irgendwie das neue Team abschießen, das ist ganz schön doof, und ja, also wie gesagt, Good Cop, Bad Cop habe ich mir bestellt, aber das war, weil ich das Gameplay ganz nett fand, es war auch ganz nett, aber nicht mehr als das, vielleicht ist das hier jetzt ein bisschen besser umgesetzt, das Thema finde ich auch auf jeden Fall ganz gelungen, das Spiel ist nicht so super teuer, also guckt euch da vielleicht mal die Videos an, die es dazu gibt, und ja, das ist Leaders of Euphoria. So, dann von den Machern von Conan gibt es jetzt Mystic Battles Pantheon, Conan fand ich richtig, richtig, richtig gut, darum kann man auf dieses Spiel, denke ich, auch sehr gespannt sein, die haben bei Conan anderthalb Jahre Verspätung gehabt beim Kickstarter, das heißt, wenn wir hier mal reingucken, das ist für Dezember 2017 anvisiert, man kann jetzt hoffen, dass die mit ihrem Conan-Kickstarter so viel Erfahrung gemacht haben, dass der nächste einigermaßen pünktlich abläuft, ich würde aber nicht vor Oktober 2018 damit rechnen, also das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber vielleicht schaffen sie es bis zum Dezember 2017, man kann sich ja positiv überraschen lassen, und wie man hier schon sieht, Mystic Battles Pantheon, das ist ein Miniaturen-Spiel für zwei bis vier Spieler, das eben in die Rolle von irgendwelchen olympischen Göttern versetzen, es gibt verschiedene Spielmodi, man kann taktische Kämpfe gegen andere Götter haben, es gibt Szenarios, Kampagnen und so weiter und so fort, man kann eben im antiken Griechenland irgendwas haben und so ein typisches Spiel dauert nur 60 bis 90 Minuten, das ist also relativ flott, wahrscheinlich mit ein bisschen Übung dann so in 60 Minuten, je nachdem, was man so spielt, hier sieht man das ganze Spielmaterial aufgebaut, das ist halt schon, das ist heute eigentlich klassisch für so ein Spiel auf Kickstarter ist, so ein Brett, entweder aus Einzelkomponenten oder so ein vorgebendes Brett und dann eben ganz viele Miniaturen da drauf, ganz viele Karten, Gegenstände, Charaktersachen, das haben wir schon ganz, ganz oft gesehen, da muss eben auch immer ein gutes Spiel hinter stecken, das Problem ist mittlerweile, also früher bei Kickstarter hatte man so eine Sache, wo man gesagt hat, naja, weiß man nicht und mittlerweile sind das oftmals einfach richtig gute Spiele und hier steht dann eben noch mehr, dass jede Figur einzigartige Kräfte hat, Zeus, der wirft eben irgendwelche Blitze, die Hydra, die regeneriert sich ganz gut, Achill, das kann man fast nicht verwundern und dadurch wird das Spiel ein bisschen asymmetrisch, wird sich wahrscheinlich wieder ausgleichen und man kann auch so eine Warband drum herum bauen um diesen Gott und man soll da eben weiß wählen und wenn man seinen Gott halt gewählt hat, dann bekommt man Recruitment Points, mit denen man so Follower bekommt, also scheinbar so eine kleine Armee, abhängig davon, wie viele Spieler man hat, das heißt, zu viel wahrscheinlich weniger als zu zweit, also zu zweit kriegt man einfach mehr und es gibt auch eine Narrative Campaign Mode, also wirklich eine Geschichte erzählt wird, wo man dann eben so ein vorgebendes Team spielt, das sich von Szenario zu Szenario weiterentwickelt, das klingt also auf jeden Fall schon mal echt ganz gut und die Truppenfeile mit verschiedenen Kategorien, Götter, Helden, Monster und Truppen, alle haben ihre eigenen Vorteile und vielleicht auch Nachteile, das Spiel selbst kostet dann eben 100 Dollar, hier sieht man jetzt auch wieder klassisch, was man in der Core Box bekommt, vier Gods, also einen für jeden Spieler, fünf Heroes, vier Monster, 24 Minions und dann halt noch ganz viel anderen Kram, Karten, Charakterboards, irgendwelche Tokens, also das sieht schon auch wieder, das ist ein Spiel, das möchte ich haben, weil das genau 100% meine Art von Spielen ist, ich habe da leider schon so viele von, aber man will es einfach haben. Das hier sind zum Beispiel so Sachen, die hatte ich bei Conan auch drin, das sind einfach so 3D-Elemente, die man aufs Spielfeld stellen kann, die braucht man nicht, die braucht man überhaupt nicht, aber es ist geil, wenn sie da sind und wenn man die hier als Stretch Goal noch mit dazu bekommt, was man scheinbar tut, weil die 200.000 wurden glaube ich schon geknackt, dann ist das natürlich ziemlich cool und wenn man dann hier mal weiterguckt, das sind jetzt alles Sachen, je nachdem wie viele Leute backen, kommen die einfach automatisch dazu und die kriegt dann jeder dazu, sprich das muss man nicht noch extra kaufen, sondern die werden einfach so gratis hier dieser große Löwe mit ins Spiel gebracht, Jason, Hermes, die bekommt man einfach dazu, also die sind noch nicht freigeschaltet, das hier ist der letzte Hermes, der gerade freigeschaltet wurde, weil das Spiel bei 330 noch was steht und sobald halt mehr Leute das unterstützen, werden halt noch mehr Stretch Goals freigeschaltet. Und dann gibt es natürlich wieder die klassischen Optional Buys, wo man sich dann einfach noch irgendwelche Figuren und Dinge dazu kaufen kann, in dem Fall ist es sogar nur einer, das ist auf jeden Fall überraschend. Dann habe ich hier so eine Übersicht über so ein Charakterboard, da hat man hier so ein Schiebeding und je nachdem wahrscheinlich, wie viel Leben man hat, hat man halt unterschiedliche Angriffs, Verteidigungs-, Fernkampf-, Bewegungs- und sonstige Aktionen, Werte, das wird halt immer schlecht und das markiert man hier mit diesem Ding. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Sowas in der Art gibt es ja bei Abyssal Rift, also Abyssal Rift auch. Da macht man das nur mit irgendwelchen Markern. Hier hat man halt diesen Schieberegler und hier werden die Stat-Clips auch nochmal genauer erklärt, wobei die eigentlich relativ selbsterklärend sind. Hier wird dann noch näher auf die Götter eingegangen. Das könnt ihr euch alles dann mal in Ruhe angucken, wenn euch das Ding interessiert, aber ich finde das Thema super. Ich meine, gut, kritische Götter ist jetzt an sich nichts Neues, aber das klingt für mich einfach nach einem sehr coolen Spiel und ja, leider kann ich nicht in die ganzen Dinge auch noch Geld reinstecken. Das wird einfach zu teuer werden für mich, aber wenn ihr halt auch euch so für Spiele so One-on-One interessiert, also so gegeneinander, wo man nicht irgendwie kooperativ spielt und dann eben auch noch mit irgendwelchen unterschiedlichen Eigenschaften, die erfischende Charaktere immer haben, wo immer die Spielbretter neu gebaut werden, wie gesagt, diese ganzen verschiedenen Campaign-Modes, die es da gibt, das Brett hier, das sieht eben auch so aus wie bei Kona, da funktioniert das echt super gut. Also das wird sehr wahrscheinlich, also hoffentlich ein cooles Spiel sein und ja, also hätte ich das Geld, würde ich das Ding auf jeden Fall backen. Ich werde mal ein cooles Kona-Video machen und die dann vielleicht mal anschreiben, ob die nicht vielleicht auch noch dann da eine Rezension zu brauchen, aber hier, also wenn die Miniaturen nachher wirklich so detailliert aussehen, dann wird es sicher auch wieder viele Leute geben, die sich das nur der Miniaturen wegen kaufen, um die anzumalen. Und ja, hier hat man dann so ein Gameplay-Video, das scheint nicht extern zu, doch, es gibt sogar so ein paar externe Videos dazu, wo das dann erklärt wird, da könnt ihr euch näher damit auseinandersetzen. Und ja, das ist Mystic Battles of Pantheon. Wie gesagt, ich finde, das sieht extrem vielversprechend aus. Hätte ich das Geld über, würde ich es da auf jeden Fall reinstellen. So, dann ein Spiel, das ich euch nur ganz kurz zeigen möchte, das wahrscheinlich für die meisten sehr uninteressant sein wird, weil das auf Deutsch sein müsste, aber Dialect a Game about Language and how it dies. Das klingt, also nach einer grundsätzlich neuen Idee, ein Thema, das es so noch gar nicht gab, man fragt sich natürlich, wie wurde das spielerisch umgesetzt, was ist ein Dialekt, was geht verloren, wenn eine Sprache stirbt, das wird ja so, es wird ja auch gleich wieder erzählt, von so einem Sprachforscher wurde das mit erstellt, hier eine World Famous Language Creator, David Peterson, der eben zum Beispiel an den Sprachen für Game of Thrones mitgearbeitet hat. Und, ja, also, wie gesagt, wenn euch das Thema an sich interessiert und ihr euch vorstellen könnt, das Ganze irgendwie auf Englisch zu spielen, dann guckt euch da einfach mal die Seite an. Ich habe mich da, wie gesagt, jetzt noch nicht wirklich mit auseinandergesetzt, ich habe das nur gerade gesehen und dachte, okay, das klingt auf jeden Fall cool, so ein bisschen wie Fog of Love, wo man ja irgendwie so eine Beziehung wirklich nachspielt und das echt gut umgesetzt wurde, spielerisch habert das ein bisschen, aber die Idee und das Thema, dass man einfach so seinen Partner wirklich in der Beziehung kennenlernen muss, das finde ich halt eine coole Idee. Das wurde auch, das braucht noch ein bisschen Feinschliff, aber ganz gut umgesetzt und das hier ist eben auch so ein einzigartiges Thema, wenn das irgendwie halbwegs nünftig im Spiel umgesetzt wurde und das vielleicht sogar für Nicht-Muttersprachler auch gut spielbar ist, dann, wie gesagt, aber wenn ihr irgendwie vielleicht Sprachforscher seid, irgendwie Germanistik oder Linguistik oder sowas studiert, dann könnt ihr euch das Ding auf jeden Fall mal angucken. So, dann haben wir Shadows of Brimstone, Forbidden Fortress, das ist bei 650.000 Dollar, ist gerade mal vor drei, vier Tagen gestartet, das wird also auf jeden Fall richtig abgehen. Das könnte sicher interessant sein für alle Shadows of Brimstone-Fans, da wird es in Deutschland nur leider noch nicht so viele von geben, weil das Spiel wurde schon ewig angekündigt, dass das auf Deutsch rauskommen soll. Meines Kenntnisstandes nach ist das bisher noch nicht rausgekommen, deswegen ist es natürlich ein bisschen schade, es wäre schön, wenn es mal kommen würde und das ist jetzt halt ein, wie es hier steht, ein Fast-Paced-Corporative-Dungeon-Crawl-Board-Game, das eben im feudalen Japan gesetzt ist und ja, mit unspeakable Horror, also wirklich nach Zutulu-Thema sieht das hier nicht aus, wenn man sich das mal so anguckt, aber wie gesagt, geht gerade richtig ab und ja, Kostenpunkt auch wieder 95 beziehungsweise 100 Dollar, wenn man diesen Sumo-Level haben möchte und ja, worum es geht, könnt ihr euch einfach hier mal durchgucken, es gibt den Samurai-Warrior, den Ninja-Assassin, den Travelling-Monk und die Powerful Mystic-Sorceress, die man spielen kann, die eben dann gegen diese Schrecken ankämpfen müssen, das hier sind zum Beispiel irgendwelche Bösewichter, gegen die man kämpfen muss und wie gesagt, wieder Miniaturenspiel mit sehr coolen Miniaturen, also wenn ihr Miniatur einfach, der sieht auch finde ich sehr cool aus, dann einfach nur gerne Miniaturen, der steht auf seinen Haaren, das ist natürlich richtig geil, wie gesagt, das sind einfach so Sachen, Pappmarker kann das einfach nicht simulieren, dass du Spiel irgendwie einen Effekt hast oder ich weiß noch nicht, aber es macht einfach Spaß, sowas anzugucken. Hier sieht man eben die Game-Features, dass halt 27 Miniaturen drin sind mit 32mm-Scale, dass die Adventures, die sollen halt sehr immersive sein, in der Sonne sehr stark reintauchen, können wirklich Teil der Geschichte werden, da bin ich mal gespannt drauf, wie das umgesetzt wird, hat halt die Shadows of Brimstone Game Engine, zu der ich noch nichts sagen kann, komplett kooperativ, alle spielen zusammen, gibt zwölf verschiedene Missionen, die halt auch immer wieder scheinbar dynamic generated werden, das immer wieder ein bisschen anders sind, vier einzigartige Helden, das ist so der Punkt, wo man wahrscheinlich noch mehr haben möchte, wo vielleicht auch die Kampagne noch mehr Helden bringt, das werden wir dann mal sehen, einfach zu lernen, mit tollem Gameplay, mit so einer rewarding, also einer belohnenden thematischen Story, die eben halt auch wirklich so Punkte setzt, so Punkte in der Geschichte, wo man sagt, boah, das war ein geiles Event damals, als du irgendwie den Oberbösewicht-Monster mit deinen Ninja-Sternen an die Wand genagelt hast und keine Ahnung, also irgendwelche tollen Geschichten soll das erzählen können, dass man diesen easy-to-learn-und-fun-Gameplay klingt so ein bisschen nach Eldritch Horror, was ja auch leicht zu lernen ist, ein tolles Gameplay hat und eben einfach Spaß macht, nur Eldritch Horror läuft jetzt ein bisschen geradlinig, das hat vielleicht ein paar mehr herausragende Momente, es hat halt eine Kampagne drin, wo man seine Charaktere von Mission zu Mission weiterentwickeln kann, das ist natürlich auch prinzipiell eine gute Sache, auch wenn ich ja immer, also ich hoffe, dass das auch ohne funktioniert, weil oftmals ist es ja bei Kampagnen-Spielen so, dass man da nicht wirklich durchkommt, man kann dann eben ganz klassisch irgendwie in so ein Dorf zurückkehren, da sich wieder aufrüsten und neue Sachen kaufen und dann da eben auch nochmal so ein Mini-Adventure in der Stadt und es gibt halt Double-Sided-Map-Teils, dass man eben auch wieder unterschiedliche Höhen auszusammenbauen kann, ganz viele Karten, hat so ganz CD-Soundtrack und ja, also klingt so ein bisschen nach Descent, Eldritch Horror, irgendwie was auch immer, halt in so einem anderen Setting, sprich im, ja, ne, Freude Japan und so zur Zeit der Ninjas und Samurai vor allen Dingen und ja, ne, vier neue Helden, also es gibt in vier Heldenklassen, Enforcer, Geisha, Soldier und Kitsun, es gibt vier neue Typen, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das hier irgendwo steht, ne, hier ist gleich die Expansion schon mit bei, ich weiß nicht, ob das mit Shadows of Brimstone kombinierbar ist, da ich es nicht gespielt habe, wahrscheinlich nicht, ich dachte mir auch, Shadows of Brimstone wäre Xetudo im Wilden Westen, das muss man sich dann wahrscheinlich mal angucken, hier ist noch gleich die Erweiterung, was man da so alles bekommt und da bekommt man einfach auch nochmal relativ viel Material, das sind dann so die Kickstarter Exclusives, also diese Figuren bekommt ihr nur, wenn ihr das Ganze auf Kickstarter baggt und das sind bisher noch nicht so viele, da kommen hier halt die ganzen Stretch Goals, die es gibt, ne, so einen weiblichen Sumo und das ist ja hier halt, ne, dass es ein paar mehr Frauencharaktere daran gibt und dass man noch irgendwelche, ja, also ihr seht hier, was es da alles gibt, manche Sachen davon sind schon fertig, wie die hier, andere Dinge sind noch so in der Entwicklung, das heißt, da gibt es momentan nur das Artwork und, ja, ach, kann ich haben, Tongue Demons, mhm, weiß man auch, warum die so heißen und, ja, sieht, finde ich, wie gesagt, auch nach dem Net, wie gesagt, das ist halt das Stimme, es gibt gerade auf Kickstarter so viele Spiele, wo ich sagen würde, wow, die will ich alle haben, ich wüsste gar nicht, wenn ich die spielen sollte, hier ist noch etwas zum Gameplay, also, mit der Weintour kann man das sogar bis zu sechs Leuten spielen, das werde ich jetzt nicht noch mal im Detail vortragen, ich habe ja das meiste gerade schon erzählt, zumindest was ich so aus der Kampagne rausgelesen habe, wenn euch das interessiert, dann guckt euch das hier einfach selber an oder drückt jetzt auf Stop und lest das einfach und, ja, so ein wirkliches Video habe ich jetzt noch nicht so gesehen, es ist EU-friendly, das heißt, es wird nicht so super teuer sein und, genau, Shipping nach EU 15 bis 30 Dollar, also hoffentlich nach Deutschland nicht ganz so super teuer, hier wird noch etwas zu Shadows of Brimstone gesagt und, ja, das ist Shadows of Brimstone, wie gesagt, das geht gerade sehr ab, müsst ihr selbst, dass ihr es noch für euch da auch reinstürzen wollt oder nicht, ist halt mal wieder so, also, wenn ihr halt irgendwie alle von diesen großen Miniaturen-Spielen, die ich heute vorgestellt habe, backen würdet, seid ihr auch schon wieder, wenn ihr es im Basis-Level backt, 400 Dollar los, das ist ein Preis, der ist absolut gerechtfertigt für diese Art von Spielen, es ist nur halt teuer, man kann sich die leider nicht alle holen, das ist echt ein bisschen schade, man kann die vor allem auch ganz gerne spielen, also ich habe ja schon viel Zeit zum Spielen, ich komme nicht dazu, dass alles wirklich so in der Frequenz und Häufigkeit zu spielen, wie ich das spielen möchte, das heißt, man muss sich da wahrscheinlich wirklich irgendwas raussuchen, wo man die Gruppe für hat, die Mitspieler hat, wo man weiß, das Thema macht halt voll an und sich dann einfach das holen, aber da, also allein, wenn ihr auf solche Miniaturen-Spiele steht, die so ein bisschen episch größer sind, dann habt ihr da, jetzt allein mit diesem Video, alle aktuell auf Kickstarter, halt die Auswahl aus drei bis vier Spielen, ob es die dann irgendwann alle auf Deutsch geben wird oder nicht, das wird man halt auch erst dann irgendwann mal später sehen, vielleicht bringt Heidelberger sowas mal raus, vielleicht Asmodee, vielleicht macht ja auch Pegasus bald mal sowas in der Art, das muss man immer gucken, aber das war jetzt einmal Shadows of Brimstone und verbinden Fortress. So und wo wir gerade bei 100 Euro Miniaturen-Spielen waren, gibt es jetzt auch The Edge Dawnfall, das ist erst bei 228.000 Pfund von 40.000, läuft nach elf Tage und ja, Next Level Competitive Miniatures Board Game for one to four Players von dem Erschaffer von Noroshima Hack und Cry Havoc, Noroshima Hacks, also diesem, wie heißt der, Michael Orocks, hier sieht man, also das sieht eben auch wieder sehr klassisch aus, sobald wir hier schon so ein bisschen anderes Muster auf den Karten hat und asymmetrische sechs Fraktionen, die eben auch jeweils immer neue Optionen haben können und es gibt immer wieder einzigartige Verbindungen von Spells und Skill, es gibt eben immer zwei Boards, ein Konflikt Board, wo man seine Kämpfer pandelt und die Campaign Map, wo man eben den Szenarien folgen kann, wo man eben die Story kennenlernt und wirklich mit der Welt interagieren kann. Es ist für ein bis vier Spieler, das heißt, je nachdem wie viele Faction Boxes man hat, kann man eben alleine gegen die Darkness spielen oder zu zweit entweder gegeneinander oder kooperativ gegen das Spiel oder eben mit vier Fraktionen Boxen oder zwei Konflikt Boxen kann man eben zwei gegen zwei spielen, free for all oder alle gegen Darkness. Was sind die Fraktionen? Hier sieht man dann, dass die Miniaturen schon mal deutlich größer sind als die normalen, also die normalen Miniaturen, die man so kennt, sind immer so 22 mm hoch, hier sind 32, das ist fast ein Drittel mehr und das habe ich ja noch mal gesagt, just a reminder, die Scale ist 32, not 22 mm und ja, mal gucken, ob wir jetzt noch mehr zum Spiel erfahren, wenn wir hier weiter runterscoren. Natürlich sieht man erstmal wieder die coolen Miniaturen, weil das ist immer das, womit die Leute erstmal gelockt werden wollen, dass sie sehen, boah, hier geile Minis, was natürlich ganz cool ist, weil da gibt es immer mehr kreative, tolle Miniaturen und das ist so, ja, scheinbar braucht man eine Factionbox, die kostet halt 55 Dollar, da muss ich gerne mal hier bei den Girls gucken, wie sich das wirklich zusammensetzt, das sind halt die Reborn und die Darkness und dann gibt es hier noch irgendwie Chapter vs. Demon, das muss man sich dann mal alles in Ruhe angucken, was man da jetzt genau braucht, wenn man sich irgendwas kaufen will, aber wenn ihr da Geld reinsteckt, werdet ihr euch das wahrscheinlich eh holen, also wenn ihr, okay, das ist natürlich teuer, das heißt, wenn man alle sechs Fraktionen haben will, dann zahlt man da 250 Pfund für, also 305 Dollar, wobei die alle doppelt drin sein sollen, also zahlt man wahrscheinlich die Hälfte davon, wenn man alles haben will, ähm, boah, es ist viel Geld, aber klingt erstmal von der Anlage interessant, ob da denn auch wieder ein gutes Spiel hinter steckt, das ist ja auch so ein Ding, wo ich wahrscheinlich trotz dieses richtig geil aussehenden Kickstarter-Exklusives sagen würde, okay, ich warte vielleicht mal lieber, bis es da ist, aber wenn ihr Leute seid, halt für die Geld keine Rolle spielt, und ihr einfach, und ihr einfach alles, was cool aussieht und cool sein könnte, haben wollt, dann führt da gar keinen Weg dran vorbei, hier das Geld reinzustecken, ne, auch im Campaign-Mode, und Story-Scenarios, asymmetric Factions, larger Hacks-System, das heißt, das doesn't matter, sehen halt ein bisschen größer aus, ist growing, das heißt, ne, players are growing in power turn by turn, and game is more tense with time, man baut sich halt eine eigene Armee, es gibt noch irgendwelche Add-ons dazu, puh, also was aktuell jetzt so nach Essen gerade auf Kickstarter abgeht, ist echt krass, also wenn ihr jetzt in Essen nicht so fündig geworden seid, und habt da nicht so euer Spiel gefunden, weil ihr vielleicht wie ich mehr solche Spiele mögt, die ich euch jetzt hier die ganze Zeit vorstelle, für die eben Kickstarter auch prädestiniert ist, dann habt ihr hier was, wo ihr auf jeden Fall richtig viel Geld reinversenken könnt, und, ja, ich will das alles haben, ich will das alles haben und spielen, aber ich weiß, es wird nicht passieren, aber, naja, vielleicht doch, ich habe wie gesagt einen Kumpel, der auf Kickstarter ein sehr aktiv ist, ich glaube, der hat fast mindestens die Hälfte von allen Spielen, die ich heute hier vorgestellt habe, gebackt, das heißt, ich habe zumindest die Chance zu spielen, euch zeigen zu können, und freue mich da natürlich schon sehr drauf, und muss auch sagen, das sieht alles wirklich richtig, richtig gut aus. So, jetzt können wir nochmal gemeinsam auf Kickstarter, Kickstarter gucken, Key to the City London, wird irgendwie gerade die englische Version per Kickstarter, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall die deutsche, die ist auch multilingual, also ich weiß nicht, warum es das jetzt nochmal auf Kickstarter gibt, das Spiel gibt es schon, ich glaube, also Englisch wird da auf jeden Fall auch drin sein, weil es sprachneutral ist, also keine Ahnung, warum die es hier nochmal finanzieren, dann den ganzen anderen Rest hatten wir schon, ja, ich glaube, so das waren so die interessantesten Sachen, die es da gab, ich sage, da könnt ihr sonst gerne auch nochmal selbst gucken, hier habt ihr ja Square Off, so ein Chefsport, wo ihr eben so eine KI spielen könnt, oder gegen irgendwen von irgendwo anders, die dann halt über so ein Netzwerk miteinander kommunizieren, immer die Züge vorgibt, das ist also auch eine ganz nette Variante, so Fernschach gegeneinander zu spielen, auf eben wirklich im richtigen Brett, dann gibt es hier Medici, das Kartspiel, ich weiß nicht, was das mit dem normalen Medici-Spiel zu tun hat, und, also das war jetzt, glaube ich, schon so interessant, das sind Sachen, die ich hier rausgesucht habe, wobei, oh, das hier, Dracula's Feast, Secret Deduction, das ist auch wieder so ein verdecktes Rollenspiel, mit 775 Prozent finanziert, finanziert klingt wahrscheinlich auch ganz gut, wenn ihr Valeria Card Kingings mochtet, gibt es da jetzt auch die Flames & Frost-Erweiterung zu, und mal gucken, ob hier irgendwo noch eine Perle ist, die wir noch nicht gesehen haben, 5-Minute-Dungeon, wahrscheinlich auch ein net, Family Showdown, ja, ich gucke jetzt hier mal im Schnelldurchgang durch, ne, das war es so, an interessanten Spielen, aber es ist schon echt eine Menge, also wenn ihr jetzt so der klassische Juro-Strategiespieler seid, und mehr so irgendwie L'Avre, und hier Agricola und sowas mögt, die Richtung, dann ist da jetzt aktuell gerade wenig für euch dabei, aber sowas sind auch nicht, so Key to the City, London wird so in die Richtung passen, aber das sind eben auch nicht die typischen Kickstarter-Spiele, weil die kann auch ein Verlag so stemmen, das ist nicht so ein großes finanzielles Risiko, so ein Miniaturenspiel, da muss man wirklich richtig Geld reinstecken, und da macht es eben Sinn, das über Kickstarter vorzufinanzieren, damit man sieht, wie viele Leute sind daran interessiert, lohnt sich das Geld da reinzustecken oder nicht, und dann kann man das Ganze eben machen, und wie gesagt, heutzutage mittlerweile ist es schon Stand, also es gibt, also viele der besten Spiele, die ich kenne, kommen von Kickstarter, und daher ist es was, wo man sich durchaus beteiligen kann, wie gesagt, es ist dann natürlich vieles erstmal auf Englisch, aber in der Brettspielwelt, zumindest wenn man diese Art von Spielen mag, dann sollte das für einen eigentlich kein Problem sein, und manche Spiele sind dann mehrsprachabhängig, manche weniger, die meisten haben halt viele Karten drin, deswegen sollte man schon so ein bisschen kennen, und wie gesagt, so die richtigen, absoluten Highlights, die gibt es dann eben auch meistens auf Deutsch, außer zum Beispiel wie bei King and Death Monster, wenn es halt so riesen viel Geld kostet, und ein ganz viel Produktionsaufwand hat, da würde ich mich mal aus dem Fenster lehren, und sagen, da wird es nie eine deutsche Version von geben, aber wie gesagt, da könnt ihr einfach dann mal da reingucken, ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video, es ist jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen länger geworden, aber vielleicht war was für euch dabei, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, sage bis bald, und tschüss.